Und willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Wir sind in Trantor. Und ich habe aufgetankt. Genau. So, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Gelandete Schiffe, Jochen. Genau. Da habt ihr mich dran erinnert, ich soll dem die Mark II Kampfdrohung. Die findest du bestimmt oder K? Geben. Kampfdrohne Mark II. So. Jetzt muss ich mal gucken. Kommando-Konflikt. Ach so, ich komme ja gar nicht rein in das Drohensystem. Natürlich. So. Find, find, find. Okay. Gut. Ah ja, richtig. Ähm. Nummer 54. Warst du auch hier gelandet? Nein. Mein Besitz Schiffe. Wo warst du denn? WVH Nummer 54. Ach so, du warst noch gar nicht Anja. Du warst noch gar nicht ausgerüstet. Mistral? Wer bist du denn? Der ist überhaupt... Ach, das ist der neue. Der sollte die 54 werden. Aufrüstwagen bis 4000? Nein, du solltest keine... Doch, der sollte der neue 54 werden. Äh... Genau, der ist gerade angekommen. Erweiterte Optionen. Name ändern. 54 neu. Nee, 56 neu. 56 neu. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Jammole, mal bitte an. Kommando akzeptiert. So. Kommando akzeptiert. Gut. Keine Waffen. Ich weiß. Wer warst du denn hier? Das sollte auch ein Frachter werden, wa? Energiezellen, 5 Megajoule-Schilde, die kannst du eigentlich verkaufen. Ach, du hast bereits alles gekauft. Kommando, Kommando, Konsole, Navigation. Dann springst du mal bitte nach Heinrichs Nebel. Dann kaufst du dir welche. Dann kaufst du dir welche. So. Ähm, nein. Ich docke jetzt ab. So. Ich glaube, Odas wollte nochmal was von mir. So, und bei dem HUD muss ich jetzt gucken, wie das aussieht. Weil demnächst kommt bei mir ein 2K-Monitor. Da will ich mal schauen, äh, wie ich das da geregelt kriege. Ich werde wahrscheinlich trotzdem weiterhin 1.000, also ein Full-HD aufnehmen. Weil das Spiel ist so alt, da wird das HUD dann zu klein. Wobei, ich kann das HUD, glaube ich, irgendwo einstellen, wa? Schnell im Blickfeld. Kann ich irgendwo die HUD-Größe verändern? Das wäre natürlich gut. Erreiche System. Heimat des Lichts. Nee, die wollen nichts von mir. Okay, Thema erledigt. Sonst jemand was? Sie sprechen mit dem... Gibt es etwas, wo... Übertrage jetzt die Daten. Kaufen Sie einen Buster-Verteidiger für eine Million. Computerwerk. Sie sprechen mit dem... Gibt es etwas, wo... Übertrage jetzt die Daten. Eingehende Nachricht. Ich wollte die Lampe angucken. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Hä? Der war da eben noch nicht da. Ah, genau. Dann ist er gerade erst aufgetaucht. Ich wollte... Mittlere Orbitale war Terracorp Hauptquartier. Ich wollte schon sagen, die Nachricht war doch gerade noch nicht da. Ich hab... Na gut. Wahrscheinlich haben sie gesehen, dass ich im Sektor bin und haben gesagt, jawohl. Dann soll er gleich mal rantraben hier. So. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, sie haben Orte kommt zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, Bro. Welcher Teufel... Es gibt... Übernehmen Sie den Auftrag? Och, nö. Eingehende Nachricht. Die... Hä? Die... Die... Hä? Laderaum erweitert. Ruderoptimierung. Triebwerks-Tuning. Installiert. Ich brauche 25-Ginger-Schilder. Boost-Erweiterung. Installiert. Handels-Computer-Erweiterung. Handels-Software. MK-Kampf-Software. Kampf-Software. MK-2. Installiert. Patrouillen-Software. Insta... Spezial-Software. MK-1. So, haben wir alles. Ja, ich brauche 25er-Schilder. Ähm... Hattest du hier nicht mittleren Schild? 25er-Schilder-Schilder-Schilder-Schilder-Schilder? Maximal 4x25. Ja. Also, handeln. Kommando, Kommandos-Konsole, Navigation, Docker an. Mittlerer Schild Alpha. So. Läuft doch. Und jetzt, äh... Ja, gut. Komm her, Bro. Ja, Teufel, knapp. Übernehmen Sie den Auftrag? Also. Bla. Ach, hier die Fuhr mal wieder. Finde Folge... Kill, Crush & Destroy. Eingehende Nachricht. So. So. Okay. Boro Leguan. Zuletzt rotes Hauptquartier. Ein Leguan im rottigen Hauptquartier. Wo ist er? Mal gucken, ob ich hier... Woran ist Korte? Wo ist er? Leguan, da ist er. Was ist das Tor? Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, initiiere Sprung. Hin, die ziehe Sprung. Jetzt muss ich gucken, was er wirklich ist. Oder ob es noch einen zweiten Leguan gibt. Erreiche System. Rotes Hauptquartier. Sag ich doch, den ist er. Boron, Leguan. Waffensysteme verweigert. Genau. So. Gut. Ihr seid einsatzbereit. Du hast deine Dings bekommen. Du patrouillierst in Aldrin. Du darfst in Bereitschaft sein. Ersatzblasen, Bereitschaft. Meine Springblasen ist okay. Und ihr seid unterwegs. Eingehende Nachricht. Ja, gleich. Ich muss nur schauen, dass ich nicht zu... Na. Eingehende Nachricht. ...an den rankomme. Ich muss nur schauen, dass ich nicht zu... So. Wo willst du jetzt hin? Okay, der entfernt sich. Nein, falsche Taste. Woran? Leguan. Wo ist die Taste hin? Ah, genau. So. Achso, warte mal, Mission läuft ja noch nicht. Ich muss, glaube ich, an 10 Kilometer ran. Eingehende Nachricht. So. Das scheint das Schiff zu sein. Verfolgen Sie es bis zurück zu seiner Basis. Gut. Ja, ja, ja. Ich bin ja schon dabei. Was hat ein hin? Da. Fliegt der in meine Richtung? Nein. Wo ist er denn da? Ah. Ich sollte vielleicht zurückfliegen, weil der will hier nach unten. Genau. Du fliegst nach unten, ich fliege nach da. Ja. So. Gut. oh man das wird jetzt lahme tour 5 und wissen was ich vergessen habe ich kann nicht abspeichern ja ich weiß ja warum ich habe die dinge noch gekauft war ja ich kann speichern ok da werde ich mich heute eine doppelfolge aufnehmen müssen weil den werde ich so nicht ja da fliegt die richtung ost tor und ich fliege vor dem herr ja wenn ich etwas nach backbord einschränken 12,0 12,0 genau der jetzt jetzt bin ich hinter ihm so alles klar okay so galaxy karte jetzt kann ich mich nämlich endlich um den hier kümmern wo warst du gelandet schiff ist gar nicht drin ach so dass er schon rüber geflogen nämlich blut terrakop bestattungsdienst muss man schiffen ach so der ist oben bei herrens nebel nie da mache ich in ruhe da muss ich mich jetzt darauf konzentrieren und das wird nichts kein ziel so wollten wir atreos da kommt da raus zum nordtor nein ich fliege hier rüber ein bisschen abstand nehmen und jetzt würde ich sagen rein da da muss ich aber gleich zur seite abdrehen und auf abstand okay na dann wo erreiche system wollten der atrius wieder auf über zehn kilometer genau so und jetzt muss ich dir nur noch hinterher hinterher schleichen jetzt habe ich zeit wo fliegt der hin nottor okay das heißt ich habe jetzt drei stunden zeit heinrichs nebel was machst du eigentlich hier sektorhändler algrin ach du wolltest man jetzt du wolltest mal ein sektorhändler werden erweiterte optionen name ändern du wirst ein wvh sektorhändler 36 muss ich mal auf einen zettel gucken oh gott der muss ja hier schon 100 folgen hängen kommando kommando konsole handel starte laden doch habe ich doch gerade so händler einstellungen sind alle okay ja da würde ich einfach sagen kannst du los fliegen war automatisch bedenung variante 1 auch schon eingestellt so da würde ich einfach sagen kommando akzeptiert so dann ist die nummer 36 wvh sektorhändler alles klar man der muss ja hier schon 100 folgen hängen und jetzt du kommando konsole handel so ja eigentlich ist schon alles eingestellt nachrichteneinstellungen also automatische benennung genau kommando akzeptiert wvh in bereitschaft was bist du lehrling tschüss handel kommando akzeptiert so er hat immer noch lehrling ach egal er soll eben lernen ach so jetzt brauchst du ja noch äh name äh wer ist noch frei 73 wvh sektorhändler kommando akzeptiert ah warte mal eingehende nachricht so du bist nummer ach wieder wvh ah nee umgekehrt 73 wvh jetzt stimmt und jetzt handel datenspeicher laden kommando akzeptiert kommando akzeptiert kommando akzeptiert ach wieder ein lehrling unfair oh 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 tor rox los boren leguan aha er ist am nordtor angekommen gut ich würde einfach sagen ich folge dem mal und in der nächsten folge machen wir genau hier weiter naja gut nicht genau hier ich folge ihm erst noch eine weile weil er muss ja nicht die ganze nächste folge auch nur durch hinterher schleichen sein und deshalb sage ich von hier aus danke fürs zuschauen danke für eure tipps und tricks macht's gut und genießt den tag und see you later later tipps und Vielen Dank.